Warten. Worauf? Noch haben Sie eine Chance. Ich würde gar ein Team schicken, aber für diesen... Warum haben Sie das getan? Fliehen Sie mit dem Wiedchen. Verschwinden Sie. Sie dachten nicht mehr wie Sie. Ich schaffe das nicht mehr. Ich habe der Janna versprochen, auf dich aufzupassen. Ja. Terminus Hotel, Zimmer 899. Jan Amit, ganz herzlich willkommen. Okay, ich habe meine Vögel was gefragt und sie haben mir einen Namen zu bezwitschern. Lake Dexter. Ein Waffenschieber erster Klasse mit einem ganz besonderen Interesse an ihre Mädchen. Dexter bewohnt die obere Etage des Terminus Hotels und seine Leute schotten ihn ziemlich gut ab. Aber ein Mann, der so tolle Fähigkeiten besitzt wie Sie, lässt sich davon doch sicher nicht abschrecken. Viel Glück, mein Bester. Ja, und damit ganz herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Hitman. Hier mit mir, dem Jabak. Und nach dieser kleinen Einführung... Ich habe gerade gesehen, dass ich meine Ballots nicht mehr, oder wie die heißen, nicht mehr dabei habe. Warum denn das? Oh. Also, und ich möchte mich nochmal entschuldigen für die letzte Folge, weil da habe ich schon ziemlich wenig geredet. Das wird natürlich jetzt geändert. Denn ich war da total fixiert auf die Leute töten und alles Mögliche, dass wir da wieder rauskommen. Auf jeden Fall habt ihr gerade gesehen, dass es sich hinten dieses, ähm, diesen Barcode, oder wie man das so immer nennen soll, ähm, dass er sich das rausgeritzt hat. Ja, rausgeritzt. Und, ähm, wir müssen jetzt hier in dieses Terminus Hotel. Und das sind noch fünf Sachen, die wir vielleicht entdecken sollen. Wir haben kein Instinkt, wir haben gar nichts. Wir haben nur eine Waffe, die mit sechs Schuss geladen ist. Was willst du, Penner? Nichts. Tabulator. Hotel Terminus. Heruntergekommen aus dem späten 19. Jahrhundert. Wie es aussieht. Hat bestimmt mehrere Zugänge. Hier, der Fahne gibt es einen. Hier kann man betreten. Tabulator. Ja, Tabulator. Ja. Sind die, sind die markierten Sachen hier draußen, oder sind die im Hotel? Oh Gott, sehe, wie viele Leute da sind. Oh, okay, hier gibt es auch einen Eingang. Klettern. Äh, so. Umschaltrutschen. Juhu! Sichtbar bewaffnet werden. Ähm, wenn wir uns machen. Den wir mal hier entlernen. Kante. Äh, nach oben. Aber, was sind die hier? Ich habe nur eine Kanone mit, mit sechs Schuss. Das ist mir gar nicht aufgefallen. Nein, das fand ich nicht. Zwei, 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 und... Und... Puh. Nee. Warum habe ich denen schon wieder so viele Minuspunkte gekriegt? Kurzlaufmustang und... Nnie. Okay, die hat mehr Schuss. Nein, warum... Nein, 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 nein. Jetzt bin ich feindlich. Jetzt hat er so viele Leute informiert. Wieso denn? Die Übrigen steht auch einer. Der Teufel ist neffig. Okay, ich stehe jetzt neben mir. Was, was, was? Nennst du mich Wichser? Okay, ich kann leisten. Der schaut zu mir. Nein, schaut er nicht. Ähm, Tee. Wir verstecken... Ne, wir verstecken die Leiche einfach. Hätte ich eigentlich davor auch machen können. So. Kommen wir uns mal ganz kurz um. Oh, was ist das denn? Okay, wo kann ich denn das aktivieren? Irgendwo. Können Sie ihn nicht aktivieren? Nö. Öffnen. Ich glaube, der Schraubendreher ist besser. Hier ist ein Ausgang. Ne, sonst ist hier nichts. Okay, wir sind hier wieder. Die beste Ordnung, was läuft denn da aus? Wo kommen wir hier hin? Ach, von da sind wir gekommen. Alles klar. Wollte es bloß noch nicht sicherstellen. Oh mein Gott. Ist da einer? Oh mein Gott, da ist einer. Ich muss da von hinten ran. Aber der schaut mir genau ins Gesicht. Puh, das ist ja mal gar nicht mal so einfach. Oh, der sieht mich. Oder macht es denn gar nichts? Achtung, Achtung, was ist das? Okay, da kann ich nichts machen. Hier, dann müssen wir nur mal... Ah, das ist ja nur seiner. Wer sieht uns denn? Hier. Generator einschalten. Kontrollpunkt! Okay, da muss ich jetzt auch noch hin. Hebel ziehen. Okay. Was für ein Nicht-Zieltodesfall. Hier drüben ist die Kacke am Dampfen. Und zum zweiten Seiten. Okay, das war... Das war klug. Okay, was ist das? Wir treten. Oh mein Gott. Scheiße. Ich muss hier mal wieder da unten, da will ich nicht hin. Ich möchte nämlich... Was möchte ich denn eigentlich? Ich möchte nicht mal die Mission schaffen. Verlassen. Wir haben hier auf jeden Fall einen Kontrollpunkt. Ich glaube, der sieht uns. Was für Wachen aller mir, bitte. Los jetzt mit der Scheiße, okay? Komm raus und stell dich. Sehr gut. Verkleiden. Verkleiden. Ah! Verkleide dich doch. Oh nein, das wird nicht. Verkleidung aufgeflogen. Scheiße. Er war gerade da drüben. Nee, ich war nirgends. Welche Wache ist denn da alarmiert? Dieter? Ich bin nirgends. Nein, ich bin nirgends. Ich bin nirgends. Das ist ein guter Entscheid. Ja. Du benutzt endlich dein kleines Glatz. Nein. 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 Das wird nichts. Was? Ja. Ja. Warten. Ah. Mann. Was sollen die Kacke jetzt? Wo kommen die her, bitte? Jawoll. Schleppen. Oh. Schlepp' die Scheiße. Komm. Weiter geht's. Das der möchte ich. Hier, komm, den müssen wir auch noch schleppen. Boah, geht das nicht schneller. Hier, loswerden. Komm, jetzt. Gegen Messer austauschen. Aber sicher doch. Kann ich die hier noch irgendwie verstecken. Scheiße. Wow. Komm, den stopfe ich jetzt einfach mal da rein. So, loswerden. Oder ich seh eine Wache, ich seh eine Wache, ich seh eine Wache. Ah. Wo ist die? Ist die über mir? Okay, hier unten ist nämlich niemand. Komm. Komm, jetzt. B. So. Sind die ganzen Wachen alarmiert. Mein Gott. Ups. Loswerden. Puh. So. Das ist die Frage, wo ich hin muss. Am Lauf. Hallo? Ich geh mal hier lang. Okay, hier ist ein Ziel. Und wo ist das andere? Oder oben. Okay. Willst du den Schraubendreher austauschen? Nein, Aufzug rufen. Oh oh. Aufzug betreten. Wow, okay. Da ist ja erstmal abgesackt. So. Bin hier mal gespannt, was jetzt auf uns zukommt. Oh Gott, nein. Nicht schlecht, 47. Wir sind wirklich einfallsreich. Puh. Sie nähern sich jetzt der Höhle des Löwen. Die Typen, die sie gar nicht getroffen haben, dürfen den achten Stock hermetisch abgeriegelt haben. Blake Dexter ist gerne für sich. Wird nicht leicht sein, den Arzt. Okay, wie viele Stockwerke gehen wir denn nach oben, bitte? Aber was noch schlimmer ist. Dexter, der macht echt üblen Bodyguard-Bemacht. Oh, der ging aber voll in die Eier. Vielleicht sollten Sie sich in einem tieferen Stockwerke einzumtieren. Aber was ledigend, ein Profi wie Sie, vermutlich haben Sie längst ein Jahr, richtig? Egal, machen Sie sie fertig. Ja, werde ich machen. Okay, wer ist mir denn? Herr Leipzig, wir haben schon den ganzen Tag Probleme mit den Aufzügen. Aber Sie werden gerade appariert. Okay, vielen Dank. Sind die Treffenhäuser gesichert? Aha, alles dicht. Niemand stört Mr. Dexter ohne unsere Erlaubnis. Gut, und keine Zwischenfälle, verstanden? Ich will, dass diese Operation schraubar abläuft. Kein Schnaps, keine Kämpfe und Finger weg von die Trämmermäe. Kapiert? Okay, okay. Hey, ich bin jetzt fast fertig. Ja? Die totale Sauerei. Sowas habe ich noch nicht gesehen. Zumindest nicht in diesem Monat. Da war überall Blut. Der Kerl hat einen Schraubenschlüssel benutzt. Kannst du dir das vorstellen? Ja, nein, kein Scheiß. Er hat sich selbst mit einem Schraubenschlüssel erschlagen. Was ist das? Ich hätte auch nicht gedacht. Das sollte für etwas Verwirrung sorgen. Sehr gut. Betreten! 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 öffnen sie haben hier nichts zu suchen bitte gehen damit es kommt Spüren und Losern ok, regt weiter eure Runden und haltet die Augen offen ihr braucht ihr keine Tür zu sehen nein nein wo ist denn überhaupt wo muss ich denn hin ok, da oben ist irgendwas ok, da oben ist irgendwas doch, natürlich ich weiß wie das Ding angeht ich wollte nur sicher sein, dass du es auch weißt ok, angenommen ich hätte es vergessen und zeigst du ja nicht, wie man den Projektor anmacht hey, würde ich echt gerne machen, aber ich muss die Treppe bewahren, also pass auf, dass du dir nicht weh tust bitte, wie war das? wenn ich hier rauskomme, ich mag die Stadt nicht hab sie noch nie gemacht, sie macht mehr Angst oh mein Gott wo muss ich denn hin wenn vorhin einem Kerl mit hautengen Jeans und einer Umhängetasche begegnet Leute haben sich nicht mal um dir das krass, das ist ein Irrenhaus, Mann mein Gottverdammtes Irrenhaus da hinten blickt noch was da unten blickt noch so viel ja, Sir, jawohl, Sir nein, nein, ok, gut ok, da ist im anderen Zimmer das hier verkleiden was hier verkleiden, als was denn? hey, bin ich ja schon verkleidet, du Depp ok ok Perfekt Messer was durch Fenster klettern ok nach unten warum soll ich nach unten, oder? mein Gott nein nein ich will ich muss doch da entlang oder nach unten ja komm, gehen wir mal nach unten ok ok was bringt mir denn die Kacke? ok 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 ich glaube wir müssen da wieder rein ok ich weiß zwar nicht warum, aber ich denke es wir müssen Flasche austauschen nein erkenne ich den Typen? nein, also drauf geschissen ok, gut wo wo, wo, welches Zimmer? das hier? aufgestylt, aber ohne Ziel ok ganz ruhig was? hallo? alter da war ich grad zu nubig das auszuführen ok ok irgendein